So, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich der Crysis Open Beta. Ich bin mit dabei, wie immer Rico, Mitglied meines Worts. Rico? Ja, ich bin auch da. Perfekt. Also wir haben das jetzt noch gar nicht gespielt und werden mal, was ist das? Egal, Crashzeit. Geht's jetzt los oder nicht? Also wir haben uns jetzt noch gar nicht gespielt, das ist also mehr als blind. Und ich bin sehr verwirrt und ich weiß überhaupt nicht, was wir hier eigentlich spielen. Und jetzt wurde jetzt schon irgendwas gevotet, aber ich und Rico sind dann, mein Gott, geht das schnell jetzt? Das ist, wie viele Leute spielen denn das? Okay, jetzt startet anscheinend das Match in 8 Sekunden. Na ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben den Level 10er. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob 10 gut ist. Ja, nicht gesagt. Alter. Ja, der wird schon eine gute Ausrüstung haben. Ja, Alter. Also was ich jetzt schon mal bringe, hier gibt's viel zu viele Informationen. Ich bin völlig... Mein Gott, ich... Ja, ich sehe da gar nicht durch. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Ja, auf jeden Fall startet das Spiel. So viel kann ich schon mal sagen. Ähm, ja, also ich kann gar nicht so viel Informationen sonst ein Spiel geben. Ähm, das hier scheint einfach Team Deathmash zu sein, oder? Oder ist das ein bisschen anders? Plackert mal bilden. Ne, denke ich mal schon, dass es so sein wird. Der andere Modus ist irgendwie Jäger und Gejagter. Habe ich irgendwo schon gesehen, ja. Ja, ich weiß es nicht, ob ich das eingeben habe, ehrlich gesagt. Ne, das hier ist ja Crash Side. Das andere war ja Hunter-Jagd oder so ein Kram. Ach, ich hab doch mal den Multiplash zu Kreises gespielt. Ich hab da vorhin gesagt, ich hab den nicht gespielt. Das stimmt gar nicht. Ich hab den mal gespielt. Ja, bei Teil 2, ne? Ja. Ich hab den manchmal... Ich glaub, ich hab das Spiel auch ausgegeben. Oder ich hab auch... Gab's auch mal eine Beta dafür? Ne, soweit ich weiß nicht. Ne, das ist aber nicht richtig Deathmash. Gibt hier doch noch irgendwas? Keine Ahnung. Ich hab'n schwarzen Bildschirm. Ja, ich bin tot. Jetzt nicht mehr. Ich bin tot. Ja, sehr gut. So, jetzt bin ich gespawnt. Ich bin auch wieder gespawnt. Was hab' ich denn hier? Also, ich bin eben schon gespawnt, aber dann war ich tot. Ey, ich hab... Ypsilon ist Waffe wechseln. Sehr gut. Also, ich war auch beim... Hey, ich bin unsichtbar. Ich schieß gerade Gegner ab. Aber die verschwinden irgendwie die ganze Zeit wieder. Hey, ich schieß die Gegner ab. Uhuhu. Ja, ich verstehe das Spiel gerade überhaupt nicht. Ich schieße die ganze Gegner ab, die sterben, aber nicht, jetzt bin ich tot. Ja, da. Ja, die haben Panzermodus bestimmt an. Ja, aber warum kann ich nicht einen einzigen davon aufbringen? Alter, das Spiel fuck mit euch jetzt schon ab. Ja, was hab' ich denn jetzt ne Waffe? Ich hab' irgendwie so'n... Ne, ich hab' ne Sturmgewehr oder MP oder so. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hab. Und so... Was hast du denn, alter? Ein riesen Ding. Ja, jetzt hab' ich sowas geworfen. Achso. Ja, jetzt hab' ich sowas geworfen. Ja, das steht ganz ehrlich so ausdrücken. Achso, ich soll stop using, ähm, das Ding hier. Aber, ähm, ähm, das ist dieser Spiel doch. Hä, wo die gerade angeschossen? Keine Ahnung. Hä, da ist diese, ganz ehrlich, dieser Radar da unten, der ist von mir viel zu hell. Ich bin grade überhaupt nicht durch. Nicht nach bein. Oh, die Katastische Warum? Jawoll. die Kill-Camp ist nicht schlecht. Denn ihr wisst, was ich eben hatte. Ich hab' anscheinend nur Rachetechnack oder so. Dann hab' ich die ganze geschossen und dann wollte ich ihn ablegen alle wer voller ja ich hab einen oh man ich hab auch geflogen ich will hier gar nicht durch ich weiß nicht, dass wir da hinten irgendwas machen würden was geht so, wie siehst du, lauf ich da mal hin Alter, bin ich wieder tot ich hab lauter oh das war ein scheiter Witz ach so, ok da stand anscheinend zwei Typen in der Ecke und ich muss erstmal meinen Energie aufladen lassen also ich hinkomme, das ist noch gar nicht gespielt offensichtlich ich leckte eh die Gegner lecken sich hin umher das war richtig geil bei mir doch bei dir auch Alter, ich hab den ersten Gegner umgebracht richtig schön hundertfisch die Punkte ergattert so muss das sein mein Gegner ist verschwunden kannst gar nicht glauben, dass ich echt einen Gegner umgebracht habe das ist mein Erfolg sehr lieb, bis in dem Spiel hier Oh, wir sind nicht schuldig in die Runde Oh, wir sind nicht schuldig in die Runde Oh, nö Hä, sind sie jetzt durch die Schuldwände oder in einer anderen Oh, nö Ja, keine Ahnung, du musst mal schießen Ja, da war nur Ja, ich kann das nicht Fingers inbound Fingern inbound Follower the dropship path Do not let it fall into enemy hand Oh, nö 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 Alter, du läckst hier so umher Au Ja, ich verstehe das auch noch nicht Ich glaube, das ist hier Crash Site Ich hab auf zwei Gegner geschossen, da ist gar nichts passiert Ich glaube nicht, das ist einfach, dass man die Funke da halten muss, weiß ich Na, wird schon irgendwas sein Ja, genau Wird schon irgendwas sein, genau Das hab ich mir auch gedacht Geil, jetzt hab ich einen riesen Roboter Was ist das? Alter, ich hab gerade einen Gegner Ganz ehrlich Boah, ich hab gerade so einen fetten Roboter und da haben wir verloren Ach, aber wir haben null bis null von 200 Punkten Oh, okay Ich hab da ja auch nicht durchgesehen Juhu Ja, ich hab gerade noch einen Gegner umgebracht Ich hab zwei Gegner umgebracht Oh, ist schon vorbei Ah, wie viele Minuten haben wir denn? Ja gut, starten wir nochmal ein Spiel Ähm Nee, du musst mich wieder einladen Irgendwie haben abends uns geteilt Ja, das ist natürlich richtig schön scheiße Ähm Ja, hier gibt's irgendwie so ein eigenes System, was ich ein bisschen dämlich finde Für Xbox Live Dass man nochmal Leute einladen kann Das ergibt irgendwie keinen Sinn Und daher kann man auch Nachrichten bekommen Was man aber eigentlich auch überall über Xbox Live kriegen könnte Ähm Äh, wäre auch egal Auf jeden Fall, ähm Kann man jetzt Ähm Zwei Spielmodus aussehen Jetzt seh ich auch ein bisschen was hier durch Ähm Ich nehm mal Airport Ne, Airport hatten wir eben schon Aber egal Ähm 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 Da gibt's anscheinend Crash-Dingste Crash-Side oder so Und äh Hunter Wir hatten eben anscheinend einen Modus, wo man diese Dinger da halten musste So was ähnliches wie bei Halo Territorium und das gibt's auch in tausend anderen Spielen Ähm Und da bin ich mal gespannt, was es hier jetzt gibt Was Hunter hier ist Also eigentlich hätte man sich das da bestimmt durchlesen können Aber hier gehen auch immer alle Ich mach's so schnell durch Das ist gerade auch nicht möglich Naja, das Spiel verwirrt mich ein bisschen Aber ich hab schon mal mehr Punkte als Rico, das ist gut Das war eigentlich ein Gegner umgebroft Juhu! Doch, drei Stück, Globo! Ey, was ist denn jetzt los? Ey, was ist hier? Warum sind hier eigentlich so viele Spiele? Ach, zu den anderen Modus, die starten? Neeeeee Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ach, hier kann man noch auswählen Ich nehme den Lenk von ja, hier scherkt Ich auch nicht Ich hab den Ranger jetzt mal genommen Ah, so Ranger Zwei Pistole Ne normale Knarre Äh, Zweit Zweit Waffe Ich lebe Ich glaub nur Sturm gewesen er war die Hohkartel war der Grunde der Kammer angeflogen rechtlich und ganz andere Waffen aber wirklich unsichtbar machen der U-Kanat für meine Verbrauchte auch ich weiß nicht was es für Granaten es erscheint mir wie er im Kult-Granat zu sein ich glaube unser Ziel ist zu überleben zu überleben ich glaube ja oder laufe ich nicht hin jawohl ich bin tot vor einer da ich habe nur ein Pfeiler gekriegt was soll das denn dagegen was wir unsichtbarer für die Kürze und unsichtbarer das ach da war ein das ist doch ein Schichter als wir auch in einem komischen Modus mit Pfeilen rum ja genau Was ist denn das für ein Scheißmodus? Und wenn du einen Pfeil abbekommst, ist das nicht gut. Das ist ja fast so wie ein Zombie-Modus oder so. Nein, das war zu viel Scheiß. Ich bin tot! Ach du warst das vor mir. Auf welchem Platz bin ich denn? Na, ich blieb mich in meinem letzten Killcam. War ja wirklich... Aufregend. Ja, ich stand genau hinter dir. Ach so, äh, keine Ahnung. Scheiße, ich wollte ihn gelaufen. Ich bin wieder ein Überlebender. Ja, ich bin wieder. Ich bin wieder ein Überlebender. Ja, nein. Ja, die Typen siehst du gar nicht. Ja, ich bin kein einziges. Ja. 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 Oh Gott. Ganz ehrlich, ich hab da, ich hab da hingeguckt, ne? Aber ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn genau angeguckt. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Oh, ich bin gerade einer komisch. Aber ich finde die Grafik jetzt auf der 360. Ich hab ihn nicht gesehen. 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 Oh, ich hab ihn nur einschlossen. Oh, von oben. Hahaha. Aber was tut das? Ne, das war ein anderer. Genau, Ahnung. Ne. Oh, na, na, na ja. Konnte ich gar nicht wissen, dass oben das Dach auf ist oder so ein Kran. So gewinn. Na ja, der Modus ist komisch gewesen. Ja, das ist ja ganz schlecht. Mir gefällt er auch nicht. Vor allem sieht man die Schupe nicht. Oh, das ist doch vorbei. Oh, das ist ein extrem guter Power. Einen schuss mit dem Boden. Mit dem Boden kannst du extrem gut sehen. Ich hab ihn einfach mal anschauen. Na. Ja, hier. Oh. Das war's. Oh, jetzt bin ich schon am Anfang einer. Hm, ich nicht. Ich bin eine Ranger. Ah, nein. Der hat mich gesetzt. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Die Hunters sind gekommen. Don't let them find you. Eigentlich irgendwo stillstehen ist total der Fehler. Du musst die ganze Zeit wie ein Bekloppte umherrennen. Ich werde sterben. Ey, gerade habe ich keine Ahnung. Ich bin da so lange drin. 90 Sekunden zu gehen. Listen for your proximity alarm. Ach, diese Impulsgranaten kann man dazu benutzen, die Unsichtbarkeit wieder abzuholen. Deswegen haben die mich gerade gesehen. Und ich bin extrem schnell tot. Weil man immer darauf aufgerießt. Meine Knarre ist alle. Oh man, ich hab gerade einer schossen. Aber der andere war hinter mir. Ey, wie schnell wird denn deine Muni hier alle? Das ist ja nicht mehr. Ich bin da drüben. Ich bin da drüben. Ich bin da drüben. Und ich bin da drüben. Oh, wir kommen zu euch, ihr Wichsler. Jetzt bewegen sich gerade 50 Gegner zu euch. Ich habe mich totgeschlagen. Weißt du, Riko, dass sich gerade 10 Gegner um dich aufzubewegen? Ich habe überlebt. Ich stecke Leute, die du Arsch. Scheiße. Ja, um mich herum war alle davon. Ja, da waren gerade drei Gegner um dich, ne? Nee, ich war einer davon. Jetzt bin ich ein Hunters am Anfang. Oh, Mann. Oh, das ist schon ganz witzig irgendwie, aber ich weiß noch nicht. Aber wenn das ein bisschen besser gebalanced wäre, so wie bei Widdick oder so, wäre das dann... Okay, bei Widdick war das jetzt auch nicht besonders gut gebalanced. Oh, scheiße. Da kam gerade ein Sound von, wie ich sehe. Keine Ahnung, ob man ihn dort hat. Oh, ich habe da irgendwas gegriffen. Was ist das? Ich habe das Sprich mal da neben mir schon. Ein Doublekill. Ah, du hast zwei Minuten. Ich weiß sogar wo. Ich schieße jetzt einfach irgendwie wild umher. Habe ich vorhin auch gemacht. 60 Sekunden remaining. Hunt them down, kill them. Ogi dogi. Ihr müsst eh nach einem Störsender haben oder so'n Kram. Alter, ich habe keine Muni mehr und da ist ein Typ vor mir. Fuck. Ich habe, ich habe es uns bloß nur noch gefragt. Und ihn habe ich sogar umgeknüppelt. Ja, habe ich gesehen. Fuck. Wer war das? Wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Mann, ich habe sie da hingestossen, aber ich habe mich nicht gesehen. Und er hat mir einen kleinen Schuss verpasst, dann war ich gut. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Juhu. Ach, jetzt kommt noch eine Runde, die letzte. Ja, das muss auch mal Schluss sein. Jetzt bin ich wie ein Ranger. Ja, ich bin auch Ranger. Und es schneit schon wieder. Hm. Ja, ich hoffe, das kommt ganz gut an. Um mal eine aktuelle Runde zu machen. Äh, quasi. Okay, bleiben Sie ruhig. Wir kommen und werden Sie sehen. Sie sehen, Sie können bereits auf ihren Weg gehen. Gehen Sie ruhig! Hier sind sie ruhig! Man hört die Dinge auch, wenn sie näher kommen. Man hört immer so einen Ticken. Tick. Tick. Ja, ich habe gerade mal... Die Aliens, der, der Detektor. Sie kommen! Ich habe mein Ding extra leise auf meinem Fernseher, deswegen kann ich sowas gar nicht hören. WTF? Krass. Mann, down! Mann, down! Ich bin nicht reading! Tick. Woha! Ich führ' ich... Ich führ' ich... Ich fäng' gerade einfach hier durch. Alter. Bwoha! 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 Oh, der Ener hat mich schon wieder erschreckt, der kann ein Hologramm machen. Ich schluss gerade einen in das Loch. Komm, geh in den Dach. Alter, ich hab gerade einen erledigt. Ich hab gerade einen von den Bastards umgebracht. Oh, ich brauche noch eine Munition. Oh, ne, da sind zu viele Gegner, ich gehe doch wieder zurück. Ich hatte einen eingeschossen. Ich habe ihn noch gesehen, aber genau dann hat er mich abgeschossen. Nein! Von wo? Oh, ist schon wieder vorbei. Du hast verloren. Das ist unmöglich. War die Zeit jetzt rum? Ja, das weiß ich gar nicht. Aber bist du immer, du bist über mir. Na, fünf, drei. Ich hab drei, sechs. Jetzt sind wir bei 19, 22. Achso, was meinst du, das Video? Ey, da kommen noch ein paar Super-Kills. Ein Doppel-Kill von mir. Ne, von mir werden die Kills hier zeigt. Was soll das denn? So, ich bin jetzt Rang 3. So, ich bin jetzt Rang 3. Und return zu Lobby. Na, ich bin jetzt Rang 3. Jetzt noch weiter. Ne, Rang 3. Ja, ich hab dich sogar mitgenommen. Leaf & Take Squad. Ups. Ähm, ja. Das war jetzt eine kleine Runde von... Quisys... Von der Quisys 3-Beta. Oven-Beta. Ja. Ähm, die man sich jetzt kostenlos bei Xbox Live runterladen kann. Ich weiß gar nicht, wie das bei allen anderen Systemen ist. Aber falls ihr eine Xbox hat, ja... Kostenlos, warum nicht? Einfach runterladen. Bringt wenigstens ein bisschen Spaß. Also, das war's wenigstens von mir. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.